Diablo war besiegt. Eine Zeitlang schien es, als würde Frieden herrschen. Doch es sollte nicht sein. Denn Diablos Essenz lebt im schwarzen Seelenstein weiter. Ich kann den Stein weder zerstören, noch kann ich zulassen, dass sein Übel in den Himmeln verweilt. Und deshalb muss er verborgen werden, sogar vor den Engeln. Ich bete nur, dass es ausreichen wird. Was ist das? Was ist das? Musik Ihr habt treu gedient, Huradrim. Eure Aufgabe hier ist erfüllt und ihr solltet alle fliehen. Matael. Lauf, lauf, finde den Nephilim. Lauf, lauf! 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 Der Nephilim wird euch aufhalten. Niemand hält den Tod auf. Niemand hält den Tod auf.